Hallo mein Name, euer Freunde, weiter geht es mit Uncharted, Dweck Schicksal. Ich nehme natürlich jetzt mehrere Folgen schon am Stück auf, ich glaube die vierte ist das jetzt insgesamt schon, oder fünfte. Und natürlich konnte ich jetzt noch nicht auf eure Kommentare eingehen oder Feedback, das wird aber erledigt. Also bitte schreibt fleißig euer Kommentar und euer Feedback, würde mich sehr freuen darüber. Und jetzt schauen wir mal was mit der Elena ist, wo man das sehnt, warum die eine Flugabwehrgeschütze haben, alles Fragen die wir noch beantworten müssen. Okay, dieses Schloss, mein Gott. Okay, ich habe nur die Waffe mit, die AKI den Geruch benutzen kann anscheinend. Lass mal auf, ich spart mal, ja. Ist doch egal. Ich hoffe, ich habe keine Probleme mit YouTube mit der Musik. Weil YouTube und Musik verdrangen sich gar nicht gut. Da blinkt das. Der vierte Schatz haben wir schon, Peter. Den vierten Schatz ist doch ehrlich. So, wie geht es da jetzt weiter? Da komme ich rauf. Nein, da komme ich noch mal nicht rauf. Die Stange nimmt er auch nicht, okay. Dann muss da rauf gehen. Ist eigentlich eh recht offensichtlich, wenn man es so betrachtet, aber ja. Okay. Was ist da? Was ist da? Ne, doch das Skelett, oder? Nett. Komm mal, ja. Ist halt so wie sie ist. Okay, da komme ich auch nicht rauf. Die Katze hat noch immer die Schachtel. Da steht es nicht ganz. Da muss ich irgendwie raufkommen. So. Schauen wir mal da. 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 So geht es. Hier haben wir mal das Spiel. Da fällt dann das nicht so offensichtlichste oft nicht auf. Das ist eh mal schon so gewesen. Wurde noch ein paar, ne. Nein. Ist ja keine Angst, Tierschützer. Tiere werden da nicht gequält. Ah, nichts mit 6xas, ok. Längste Kopfschuss Serie 2, naja. Ist jetzt nicht so belaschend, behaupte ich einmal. Aber macht nix. Schauen wir mal mit der Lauf. Ja, bin da. Was dagegen? Keine Ahnung. Und wir gehen die ab, Frau Schuster. Ah, ja. Okay. Was ist denn der Verschwendung? Wer ist da drüben? Da ist er! Oh, ich werde richtig gut darin. Genau. So geht das gemacht. So, nicht anders. Okay. Da hinten dürfte unser Fluchttürk liegen. Nämlich ist da nicht vorher schaue. Die Frage ist nun, wie komme ich da runter? Mhm. Gegner. Einer. Wobei. Einer. Das glaube ich nicht ganz. Ich werde sicher mehr. Oder so viel Deckung wie da ist. Da ist er. Da ist er. Ja. Da ist er. Da ist er. Ja. Ja. Da ist er. Und er ist gut, aber Waffe, du. Hier noch. Da ist er. Jaaaaa. Jaaa. Puste ihn weg, du. Das geht nicht gut, das geht nicht gut. Wo bist denn du? Wo ist er? Ah ja, Zielwasser könnte man auch immer denken. Bauen wir ein bisschen hin hier. Okay, dann schauen wir mal mit den Munitionen da mal. Okay. War jetzt nicht ganz so klug, aber er brischt. Alles klar! Okay. Okay. So ist es jetzt. Na ja, so ist es ja. Da stehe ich jetzt da eindeutig unnötig. Aber ja. So, wie gehöre ich da? Wie gehöre ich da? Irgendwie da auch anscheinend, oder? Da liegt auch noch was. Jawohl, das ist... Pam, 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 pam. Ne. Ach da. Geh. Geh. Vorwegen, Sprenge geht in Uncharted nicht schief. Sieht man ja gerade. Geh bitte. Was hieß mit ihr? Mache, die Sprenge jetzt nicht, oder wie? Bin ja doch herum. Da hat doch wer geschossen. Ja, ja. Bin ja nicht so dämlich, da hat doch wer geschossen. Was ist denn? Was ist denn? Hebe den Schatz auf. Hallo? Nehm. Wenn Schatz hat er schon mal aufgekommen, ist das schon was wert. Okay. Du bist tot. Er ist da drüben. Ich seh'n. Du bist schon tot. Ich seh'n. Du bist tot. Ich seh'n. Ich seh'n. So, alle. Ist da noch was für mich? Na bitte. So. Und wie's von da an weiter geht, sieht er das nächste Mal. Wenn's wieder heißt Uncharted. Dreck Schicksal. Abonniert meinen Kanal. Lasst einen Daumen hoch da. Teilt meine Videos. Ich würde mich über jeden Support von euch freuen. Danke. Ciao, euer Bia. Bis zum nächsten Mal.